Arzestyre ist eines der ältesten Cluster-Netzwerksunternehmen in der Steiermark. Es ist ein bisschen wie der Ur-Cluster in ganz Österreich. Kreativität ist die wesentlichste Funktion und der wesentlichste Treiber für Innovation, für alles, was wir tun. Das unterscheidet uns von Maschinen und das macht uns zu Menschen. Wir versuchen, das Thema Netzwerken über die Generationen zu verteilen. Das beginnt bereits mit Schülern, die jetzt von mir aus in der Maturklasse stehen, geht über Start-ups, geht hin zu Studenten bis hin zu den Corporates. Ein Netzwerk kann ich da beispielsweise schon nennen, das ist die Inno Regio Styria, ein Netzwerk, da trifft sich die Industrie in regelmäßigen Abständen mit den Rektoren und Rektorinnen und da schaut man einfach, was sind unsere gemeinsamen Positionen.